Herzlich Willkommen. Mein Name ist Billie Baumann. Ich bin internationale Trainerin, Moderatorin, Projektmanagerin und Autorin und zwar des Buches Blühende Workshops und Trainings mit Erfolgsgarantie, das es seit kurzem auch in Englisch steht. Welche Services biete ich Ihnen? Zum einen interaktive Trainings zu folgenden Themen, nämlich Trainer-Trainer-Seminare und Migrationsausbildungen. Das Ganze insbesondere on-site, aber auch live online. Und das Ganze gibt es auch in der Kurzversion, nämlich Coachings, also Individualtrainings. Und daneben gibt es noch interaktive Workshops mit Großgruppen, dann EU-Projekt-Meetings-Moderation oder Projekt-Meetings-Moderation, Ihre Business-Moderationen, auch die Begleitung Ihrer Strategieprozesse. Ja, und darüber hinaus die Unterstützung bei Team-Entwicklungsmaßnahmen. Und das Ganze biete ich Ihnen in Bereichen an, in denen ich sehr, sehr lange tätig war. Nämlich in der FTI-Förderung, also Forschung, Technologie und Innovation zum Thema Nachhaltigkeit und Human Resources. Ich freue mich auf Ihren Anruf oder auf Ihr E-Mail.